Du möchtest große Dateien bis zu 2 GB online per E-Mail versenden? Dann benutze die Webseite transfernow.net. Datei auswählen und fertig. In meinem Beispiel eine Datei mit über 150 MB. Gebe alle Daten ein Gehe auf Übertragen. Du kannst sogar noch nachträglich Dateien hinzufügen. Nach der Übertragung erhältst du eine E-Mail, dass die Datei gesendet wurde mit allen erforderlichen Daten. Sobald der Empfänger deine Datei runterlädt, erhältst du wieder eine E-Mail, dass der Empfänger die Datei heruntergeladen hat. Ich finde es eine tolle Art, so große Dateien online zu versenden.